26. Juli 2018 7.54 Leroy Sane Er trifft für Manchester City Fußball-Nationalspieler Leroy Sane hat die Enttäuschung über seine Nicht-Nominierung für die WM 2018 offenbar gut verdaut. Er 22-Jährige erzielte bei der 1-2-0-Niederlage des englischen Meisters Manchester City im Rahmen des International Champions Cups gegen den FC Liverpool im Madlife-Stadium in Estrada Fort, New Jersey den einzigen Treffer für die Mannschaft von Team-Manager Pep Guardiola. Sane wurde zu Beginn der zweiten Spielhälfte eingewechselt und brachte sein Team in der 57. Minute in Führung. Vor 52.635 Zuschauern drehte aber die Mannschaft von Team-Manager Jürgen Klopp die Partie. Der ägyptische Superstar Mohamed Zelle, 63. und der senegalesische Nationalspieler Sadio Mane, 90. Vierte, per Elfmeter bescherten Liverpool noch den Sieg. Die zweite Spielhälfte hat mir gefallen, die erste nicht so sehr, sagte Klopp nach dem Spiel. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020